Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Bester Fußballspieler der Welt ist für mich? Merci. Wen würdest du gerne mal tunneln? Tommy Reier, aber habe ich schon getan. Vor der Kamera Fragen zu beantworten ist für mich? Manchmal ganz nett, manchmal nicht. Nach dem Spiel ist? Vor dem Spiel. Der schlimmste Gegenspieler ist für mich? Sven Reimann, wenn er das noch sehen kann. Grüßen möchte ich an dieser Stelle? Meine Mama. Mein Lieblingsverein ist? St. Pauli leider immer noch. Im Restaurant bestelle ich immer? Überforderung, es gibt sehr viel, was ich so gern mag. Dann nehmen wir, hm, dann nehmen wir ein gutes Halt im Bock. Frauen und Fußball sind für mich? Ziemlich wichtig, weil, ja, ist viel Lebensinhalt bei. Der beste Trainer der Welt ist für mich? Den habe ich noch nicht kennengelernt, leider. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.